Noch heute ist Hermann Hesse einer der wichtigsten Schriftsteller der gesamten deutschen Literaturgeschichte. Zu seinen Lebzeiten ist er ein Außenseiter. Das gilt auch für sein literarisches Schaffen, das sich nicht so leicht einordnen lässt. Hesses Werke sind stark autobiografisch geprägt und setzen sich mit dem Innenleben des Menschen auseinander, mit den seelischen Vorgängen und auch mit Lebenskrisen, die Menschen in ihrem Leben erfahren können. Seine Literatur ist von Fragen nach der persönlichen Identität geprägt. Es geht ihm um die Überwindung von seelischen Krisen und den Versuchen, sich selbst zu deuten. Die Protagonisten in Hesses Romanen suchen nach dem richtigen Weg in ihrem Leben und zu sich selbst heraus aus dem emotionalen Chaos. Das Schreiben ist für Hesse eine Analyse der eigenen Lebenssituation und seiner Selbsterfahrung. Volker Michels hat 50 Jahre lang beim Surkamp Verlag gearbeitet. Er ist der Herausgeber der weltberühmten Hesse-Ausgabe, die 20 Bände umfasst mit mehr als 14.000 Seiten. Die Wirkung von Hermann Hesse ist wirklich erstaunlich. Vergleichbar unter den Autoren seiner Generation eigentlich nur mit Thomas Mann oder mit Stefan Zweig. Besonders an seiner Rezeption ist auch, dass es immer wieder die junge Generation ist, die ihn liest. Und das schon seit der Jahrhundertwende bis zum heutigen Tag. Das hängt damit zusammen, dass Hesse ja selber in seinem Leben als junger Mensch sich früh schon gegen den Anpassungsdruck und die Fremdbestimmung seitens seiner Familie zur Wehr setzen musste und bis zu seinem 21. Lebensjahr gebraucht hat, um seine Veranlagung durchzusetzen. Hermann Hesses Lebensweg ist schwierig. Immer wieder eckt er mit seiner Umgebung an, erst als Schüler und später auch als Buchhändler. Er hat einige große Lebenskrisen, gescheiterte Ehen, Probleme mit seiner Arbeit und Angstzustände. Mehrere Male wird er psychiatrisch behandelt und wird in Nervenheilanstalten untergebracht. Diese Erlebnisse und sein überragender Schreibstil sind der Grund, dass er viele Leser gewinnen kann. 1946 wird Hesses Gesamtwerk mit dem Nobelpreis für Literatur ausgezeichnet. 12. 14. 16. 16. 16. 17. 20. 20. 22. 20.